Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe bei Elon Motors TV. Es ist jetzt sehr früh am heutigen Montag und es geht auf Langstrecke, so wie versprochen, im gestrigen Video. 500 Kilometer über die Autobahn und das in einer optimalen Zeit. Das Auto wird jetzt gerade voll geladen, also ich gehe davon aus, dass ich mit 100% losfahre. Es ist ein Model 3 Highland und ich habe es auch gerade von Eis und Schnee befreit, so gut das geht. Aber wir wollen ja die Verbrauche sehen im Winter und da ist natürlich auch realistisch, dass das Auto nicht ganz eisfrei ist, aber natürlich macht das sehr viel aus, denn bei so einer Elektroautofahrt über die Langstrecke, wenn man nicht gerade unter 100 kmh fahren will, auf der Autobahn ist die Aerodynamik das Entscheidende, um Kilometer und Strecke zu machen. Wir wollen das Ganze natürlich heute machen in der Fahrt von der Nähe Ingolstadt. Ich bin hier am Supercharger Reichertshofen bis nach Köln am Flughafen Köln-Bonn ist das Ziel und wir schauen mal, wie lange wir brauchen und vor allen Dingen, wie viele Stops wir brauchen. Das ist das Model 3 Highland hier aus diesem Jahr, beziehungsweise aus Dezember. Mitte Dezember habe ich den zugelassen und ich bin mal gespannt. Die Temperaturen und die ganzen Sachen gibt es gleich nach dem Intro und dann geht es auch schon auf Fahrt. Also spannend. Wer noch nicht abonniert hat, hier gibt es kostenlos ein Abo und mit der Glocke am besten. Und wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Like da lassen, dass der Kanal weiter wachsen kann. Für euch auf Langstrecke und alle Verbrennerfahrer passt mal genau auf. Viel Spaß dabei. Ja, wir sind gleich so weit. Es geht gleich los. Es ist jetzt kurz vor 4 Uhr hier am heutigen Montag und der Akku ist gleich geladen. Ich zeige euch das gleich hier auf der Karte. So, ich habe jetzt schon mal die Route eingegeben. Also wir fahren nach Köln zur Luftwaffenkaserne in Wahn und hier ist die Route drin. Und er schlägt mir jetzt auch schon einen Supercharger vor und ich werde morgen mit dieser Energie-App mal schauen, wie das Ganze aussieht. So, es geht los. Ich habe jetzt abgedockt 100%. Er zeigt hier 422 Kilometer typische Reichweite. Darüber erzähle ich euch auch ein bisschen was. Und es ist jetzt 3.50 Uhr und wir fahren mal los. Es ist alles auf 0, Sitzheizung auf 1 und die Lenkradheizung können wir jetzt ausmachen. Alles wunderbar. Und wir haben minus 7 Grad. Und hier auf der Trips App schauen wir uns das Ganze dann entsprechend an. Also, los geht's. Und Abfahrt. Viel Spaß dabei. Und Abfahrt. Viel Spaß dabei. So, ihr Lieben. Ihr seht jetzt, es ist 4 Uhr. Es sind minus 4 Grad. Es ist also wirklich super schlechte Kondition. Also schlechte Kondition für so eine Langstreckenfahrt. Denn die Elektromobilität heißt es ja, es ist sehr kälteempfindlich. Und momentan 22,7 der Verbrauch. Das wird aber noch. Und wir haben momentan Ankunft mit 5%. Und da mache ich mir aber gar keine Sorgen. Denn ich weiß aktuell, wie ist die Lage am Supercharger. Funktioniert alles? Wie viel ist frei? Also da können wir ganz entspannt sein. Wie ihr seht, ich fahre mit 111. Das ist eine GPS-Geschwindigkeit. Also es sind noch echte 111. Nach einer Stunde Verbrauch 20,7 und 105 Kilometer. Also 104er Schnitt ungefähr. So, liebe Zuschauer. Es ist jetzt soweit. Ich fahre jetzt gleich ab. Noch 3 Kilometer am Supercharger Weibersbrunnen. Ich bin jetzt bei 5%. Und Durchschnittsverbrauch seht ihr hier unten. 19,7. 268 Kilometer sind jetzt gefahren. Und die Batterie wird jetzt vorkonditioniert. Und sieht also ganz gut aus. Und ich zeige euch mal den Verbrauchs-App. Das ist jetzt ganz interessant. Hier sieht man auch nochmal, die Wind war hier auch mit drin. Aus Nordosten. Also ein bisschen Rückenwind. Und da kann man das sicherlich nochmal genau dann berechnen danach. Also es passt soweit. Und jetzt schauen wir mal gleich, wie er lädt. Also vom Supercharger melde ich mich dann. So, 6.28 Uhr. Ich fange jetzt mal an zu laden. Und 173, seht ihr schon, ist die Ladeleistung. Das ist natürlich super. Und das bedeutet, wir laden jetzt relativ schnell voll. Und er plant natürlich jetzt auch gleich weiter. Gute fortsetzen. Und dann sieht man auch gleich, wie es weitergehen könnte. Ich habe jetzt aber gerade schon gesehen, da sind ein paar, hier ist natürlich auch ein Stau. Also das wird heute nicht lustig. Da ist relativ viel los. Und vor allen Dingen sind auch die, hier habe ich jetzt schon ein paar Traktoren hier gesehen. Also ist auch nicht so doll. Ja, liebe Zuschauer. So, die erste Etappe ist erfolgreich gefahren worden. Von den Verbräuchen her 19,5 nach 2 Stunden 39, nach 272 Kilometern ist relativ hoch. Aber das muss daran liegen, dass es halt wirklich sehr kalt ist. Es sind minus 4 Grad. Ich hatte die Heizung die ganze Zeit auf 20 Grad. Eine Stufe auf der Sitzheizung. Wir hatten auf dem ersten Teilschritt von Ingolstadt nach Nürnberg Nordostwind. Das war natürlich ein bisschen von rechts vorne. Das kostet ein bisschen. Aber dann hatte ich Rückenwind aus Nordosten auf der Fahrt hier Richtung Würzburg-Frankfurt. Die Energiekurve habt ihr ja gesehen. Das können wir uns auch nochmal, jetzt schaue ich mal, ob das noch drin ist. Nein, das ist jetzt weg. Aber das haben wir ja gerade gesehen, kurz vor der Abfahrt. Und jetzt geht es gleich weiter. Ich zeige euch das gleich, wie die Ladeplanung weiter ist. Hier vorne waren jetzt allerdings ein paar Traktoren. Ich hoffe, die lassen mich da durch, dass es dann auch weitergehen kann. Und jetzt schauen wir uns mal die Route an. Und wahrscheinlich werde ich, um die Ladezeit zu optimieren. Ihr kennt ja, so ein Akku, der lädt ja am Anfang relativ schnell. Und dann lässt er nach. Das heißt, so eine Vollladung, die macht natürlich wenig Sinn. Die dauert auch eine Stunde. Und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich nicht länger als 30 Minuten laden. Und jetzt wollen wir das mal optimieren. Ich habe jetzt um 6.28 Uhr angefangen. Und es ist jetzt 6.38 Uhr, vielleicht 10 Minuten später. Und ich zeige euch gleich mal, wo weit wir denn jetzt schon sind. Was ich allerdings sagen muss, das ist auch ein Tipp an euch Standardrange-Fahrer. Also der Akku hat im Winter einfach seine Probleme, warm zu werden. Und wenn man dann natürlich nicht schnell fährt, und das bin ich ja nicht. Also ich bin maximal 125 gefahren. Dann wird er bei den Temperaturen nicht so warm, dass die Vortemperierung ausreichend ist. Und dieses Mal hat er knappe 20 Kilometer vor dem Supercharger angefangen, die Batterie vorzukonditionieren. Und das hat nicht gereicht. Denn ich zeige euch gleich, sagt mir jetzt immer noch, dass die Batterietemperatur nicht ausreichend hoch ist. Und deswegen lädt er jetzt nicht ganz. Das schauen wir uns mal an. Steht praktisch hier jetzt bei dem 101, dass die Batterietemperatur niedrig ist. Und deswegen lädt er jetzt momentan mit reduzierter Leistung. Er hat knapp mit 170 angefangen Kilowatt. Und ist jetzt bei 100, 101 und das könnte etwas höher sein. Denn wir sind jetzt nach 10 Minuten bei 36 Prozent. Also wir haben nach 10 Minuten ungefähr 120 Kilometer nachgeladen. Das sind ungefähr 7 Minuten pro 100 Kilometer. Und das ist schon nicht schlecht. Also so kann man das machen. Das heißt, ich werde jetzt nicht eine Stunde laden, um jetzt hier ganz zum Schluss Zeit zu verlieren. Sondern wenn der Supercharger oder die Ladestation sehr nah an der Autobahn ist, und das war ja hier innerhalb von einer Minute war ich am Anstöpseln, dann lohnt sich das durchaus zu überlegen, auch noch einen zweiten Ladepunkt einzunehmen, der so wie hier jetzt dann mit 250 Kilowatt Ladeleistung auch schnell ist. Und dann kann man das optimieren. Und wenn ich jetzt um 6.48 meine 50 Prozent habe, da schauen wir uns gleich an, dann passt die Strategie soweit. Ich hoffe jetzt halt nur, dass es klappt mit den Agrarfahrzeugen hier. Ich verstehe deren Unmut auch. Aber ich hoffe mal, dass ich noch auf die Autobahn komme und dann doch pünktlich zum Dienst komme. Ja, und wie bin ich froh, dass ich nicht für 1,78 laden muss, sondern ich jetzt hier stehen kann und den Highland am Supercharger in Weibersbrunn ohne Transaktion am Schalter durchführen zu lassen. Sieht schon cool aus, wie er da steht. Also ich hatte ihn ja eisbefreit und er ist relativ sauber. Hier vorne noch etwas Frost hier im Bereich. Natürlich, das ist sicherlich auch nicht optimal, aber die Motorhaube habe ich freigekriegt und dann schauen wir mal, dass es gleich weitergeht. Also 20 Minuten habe ich mir vorgenommen hier zu laden und dann nochmal 10 Minuten danach, um einfach die Ladekurve zu optimieren und dann schaffen wir es auch in einer vernünftigen Zeit zum Ziel zu kommen. So, jetzt sind wir soweit, 6.48 Uhr, wir haben knapp 60% weiter geladen, beziehungsweise wir sind jetzt bei 60%. Er sagt jetzt mir zwar noch 9 Minuten, aber ich werde das jetzt mal unterbrechen. Ich habe mal geschaut, ich habe jetzt hier vorher auch noch einen Limburg an der Lahn, das ist auch noch ein schöner 250K Supercharger. Also ihr seht hier auf der Route, man hat genug Chancen zu laden und deswegen ist es jetzt auch ganz okay. 6.48 Uhr, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. 20 Minuten habe ich jetzt geladen, 60% sind nach, land 34 Kilowattstunden hat er nachgeladen in 20 Minuten. Das ist mehr als die Hälfte des Akkus, das ist ein super Wert und deswegen setzen wir jetzt ab. Also, es geht los und ihr seht, das geht dann so schnell, deswegen ist auch der Ladepunkt hinten links, finde ich, optimal. Und dass die anderen das immer noch hinten haben, das ist immer noch lustig. Also, weiter Fahrt. So, jetzt seht ihr hier, bei Frankfurt ist jetzt doch ein bisschen Verkehr und ich werde jetzt nicht abfahren aufgrund der Bauernproteste hier, sondern draufbleiben und mal gucken, wie sich das dann auf die Zeit ausgibt. 8.53 Uhr, sagt er mir, bin ich in Oberhonnefeld. Mal sehen, was rauskommt nach dem Stau hier. Ja, ansonsten läuft es ganz gut. Okay, bis gleich. So, es ist jetzt 8.37 Uhr, eben war natürlich rot hier noch an der Ampel und jetzt laden wir hier, sieht es aber gut aus. Aufgrund des Traktorstreiks komme ich hier auch gut wieder drauf. Das ist gut, wir sind jetzt bei 24 Prozent und der ist jetzt gleich bei 127, das passt ganz gut. Und jetzt rechne ich mal die Route durch, wie lange wir dann noch haben. Es sind noch, ja, Moment. Und das ist eigentlich auch ganz gut gemacht hier, dass man das nicht braucht. So, fertig. So, jetzt nochmal, klack. Zack. So schnell geht die Routenplanung. Also, es sind jetzt noch 103 Kilometer. Wir haben jetzt 107 Kilometer drin, das heißt 10 Minuten und dann müsste das eigentlich ganz gut passen, dass wir hier ans Ziel kommen. Ja, also 10 Minuten um 8.47 Uhr geht es dann weiter. Ja, liebe Zuschauer, jetzt bin ich hier in Limburg süd am Supercharger für meinen zweiten Stopp und werde jetzt hier nochmal 10 Minuten laden und dann habe ich das Ganze auf 30 Minuten Ladezeit ausgedehnt. Und das Wichtige beim Tesla-Laden ist im Vergleich zu vielen anderen Elektroautos, die geladen werden müssen an anderen Ladestationen, dass hier diese 30 Minuten, ich nenne das immer Brutto- und Netto-Zeit, also ich lade jetzt 30 Minuten Netto, das ist die reine Ladezeit und jetzt kommt natürlich Brutto noch das dazu, was es heißt abzufahren, hier zu parken, abzustöpseln, wieder loszufahren, wieder draufzufahren und das habe ich ja jetzt zweimal gemacht auf dieser 500 Kilometer Strecke und da sind die anderen halt doch wesentlich langsamer, weil einfach bis der Ladeprozess startet, es manchmal bis zu 10, 15 Minuten dauert. Und das hat man hier halt gar nicht, indem ich aussteige und 20 Sekunden später läuft Strom, weil einfach die ganze Registrierung und Abrechnung ist ja vorher über das Tesla-System schon geklärt. Und natürlich sind diese Supercharger auch so nah an der Autobahn, dass man hier eigentlich keine Minute braucht, um da hinzufahren. Eben war eben gerade noch eine Ampel, die hat mich jetzt zwei Minuten gekostet, aber ansonsten ist das doch relativ effektiv. Was kann ich jetzt denn schon sagen? Wir haben jetzt einen Verbrauch um die 18 Kilowattstunden und ihr könnt euch ja natürlich vorstellen, dass wenn man eine 60 Kilowattstunden Brutto hat, also man 300 Kilometer kommt und dann muss man spätestens laden und um die nächsten 200 zu fahren, braucht man natürlich mal wieder mindestens 40 Kilowattstunden. Und um diese 40 Kilowattstunden nachzuladen, braucht man im Winter einfach diese halbe Stunde. Deswegen legen wir hier auch in zwei Minuten ab und haben dann genug, um anzukommen. Im Sommer ist der Verbrauch garantiert geringer und wenn ihr natürlich die 18 Zoll Reifen drauf habt und nicht hier diese breiten Schlappen, die ich drauf habe, dann könnt ihr sicherlich davon ausgehen, dass ihr auch nur 15 bis 20 Minuten laden braucht und dann seid ihr am Ziel. Das heißt, der Unterschied zum Verbrennerfahren ist doch eindeutig die Ladezeit. Gut, von der Reisegeschwindigkeit her kommt es darauf an, wie frei es ist. Heute ist es so voll gewesen, dass man im Verbrenner nicht schneller hätte fahren können. Also natürlich kann man mal zwischendurch mal 160 fahren, was ich jetzt hier wenig mache. Hätte ich aber eigentlich auch hingekriegt, aber ich wollte natürlich auch die Kosten minimal halten. Und deswegen fahre ich zum Beispiel mit meinem Diesel, den ich natürlich auch noch habe, auch nicht so schnell, um jetzt einfach da Sprit zu sparen und Kosten zu sparen. Wir waren ja bei unter 10 Euro pro 100 Kilometer. Jetzt schauen wir uns das an, sobald wir da sind und dann gibt es natürlich noch ein Fazit zu der Fahrt. Aber ich sage mal, heute ist was Besonderes, weil einige Ausfahrten sind durch die Traktorfahrer, die den Agrarstreik, der heute stattfindet, blockiert. Und deswegen bin ich jetzt auch lieber hier in Limburg schon runtergefahren, anstatt in Oberhonnefeld, weil da war eigentlich alles rot. Da hoffe ich jetzt aber ganz gut durchzukommen. Also in diesem Sinne, es geht weiter. So, 8 Uhr 48, ich docke jetzt ab. Wir haben knapp 50 Prozent. Er lädt jetzt gerade, also wir haben 15 Kilowattstunden nachgeladen. Das sind auch das, was ich gerade gesagt habe. Also eigentlich bräuchte ich noch 5 Minuten, um einfach jetzt hier 20, aber das passt auch so. Wir kommen mit 9 Prozent an. Also das reicht mir jetzt, um einfach weiterzufahren. Jo, also ab geht's. Ja, liebe Zuschauer, ich muss jetzt leider die Testfahrt abbrechen. Wir haben jetzt 445 Kilometer, einen Verbrauch von 18,7. Und es ist 9.20 Uhr, weil einfach durch die Traktoren musste ich jetzt den Umweg fahren. Und fahre jetzt praktisch über, zeige es euch, hier südlich über Koblenz, weiter dann Richtung Bonn. Und dann das Ganze jetzt hier auf so einer Art Bundesstraße. Deswegen kann man das Ganze jetzt resümieren lassen, sobald ich dann am Ziel bin. Und dann schneide ich das für euch zusammen und da gibt es ein Fazit. Ja, am Ziel bin ich. Es sind schon einige Stunden vergangen und ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, was erzähle ich euch denn heute? Ihr habt es ja selber gesehen. Ich habe alles mitgefilmt. Leider waren die Rahmenbedingungen nicht optimal durch den Traktorenstreik. Waren doch einige Probleme auf der Autobahn. Und ganz zum Schluss war dann auch noch eine Vollsperrung der Autobahn A3. 60, 70 Kilometer vor dem Ziel und da musste ich abfahren. Und das habt ihr auch gesehen, dass ich dann die Wertung nach 400 Kilometern beendet habe. Was ist aber die Quintessenz aus dem Video heute? Dass natürlich um 500 Kilometer durchzufahren, man eine gewisse Kapazität braucht in der Batterie. Die kann das Standard Range Model 3, wie ihr es hier hinter mir sieht, natürlich nicht liefern mit 60 Kilowattstunden. Aber ihr habt auch gesehen, dass ein Elektroauto im Winter durchaus in der Lage ist, Distanzen zu schaffen. Der Verbrauch war bei 18,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Und wenn man das ausrechnet, kommt man gute 300 Kilometer weit. Und ihr habt auch gesehen, dass ich durch die zwei Ladestops mit 20 Minuten und 10 Minuten in der Lage war, hier mit 18 Prozent anzukommen, ohne Probleme. Und diese halbe Stunde, die kann man sich gönnen. Gerade wenn man mit Familie unterwegs ist oder mal kurz eine Pause machen möchte, auch so nach 500 Kilometer Strecke, wo man ja doch über 5 Stunden fährt, ist das glaube ich kein Problem. Für die Pendler, die ich ja heute eigentlich auch dargestellt habe, ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn man sagen kann, ich kann 500 Kilometer durchfahren und wenn die Autobahn frei ist, kann ich das auch schneller. Ich bin ja heute nicht so schnell gefahren. Also da ist es sicherlich noch Verbesserungspotenzial, aber man muss natürlich ganz klar sagen, wenn man die etwas größere Batterie kauft oder ein Model S Long Range, dann kann man auch 400 Kilometer im Winter durchfahren oder auch im Sommer sogar die 500 Kilometer. Also wenn es daran noch liegt. Wir werden auf jeden Fall diesen Test wiederholen. Ich kann es euch jetzt nicht versprechen, dass es am Mittwochabend, wenn ich wieder fahre, besser wird, aber ich habe das auf jeden Fall auf der Agenda-Liste und wir wollen jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Ihr habt auf jeden Fall viele Techniques gesehen, wie ich das mache, wie ich das bewerte und was man machen kann, um zeitoptimal zu fahren. Und das nächste Mal wird es dann auch mit der Autobahn besser passen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir machen einfach weiter mit der nächsten Gelegenheit, wo man sowas machen kann. Und jetzt verabschiede ich mich euch, im nächsten Film seht ihr denn das angekündigte Model 3 in der Version Highland Performance und was es da schon für Erkenntnisse gibt, das werden wir dann sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hinterlasst ein Abo und würde mich natürlich für ein Like natürlich auch freuen. Das pusht das Video so ein bisschen und ich glaube, es hat heute Spaß gemacht. Es war ein langer Tag und in dem Sinne verabschiede ich mich heute. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.